Ja! Hallo, Willkommen! Mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir die erste, zweite und dritte Level gemacht, obwohl ich die dritte höchstwahrscheinlich rauscutten werde, weil ich da wirklich nichts gefunden habe. Ich muss nur ein verdammtes GIF finden, also so redaktiert und hab's nicht gefunden, bin 20 Minuten da rumgeeiert, waren 40 Minuten Part und wahrscheinlich werde ich den Teil von der dritten Level einfach rauscutten, weil ich da echt nichts gefunden habe. Alles abgesucht, aber einfach nur eine riesengroße Zeitverschwendung. Deswegen hoffe ich, dass jetzt ein bisschen besser läuft. Wir müssen ja noch drei Truhen finden, wenn ich mich nicht irre und sonst nix, sehr gut. Gucken wir erstmal hier noch, ich hab glaube ich wieder den ganzen Wachsengeld äh 303, aber man kann sich doch bestimmt irgendwas kaufen lassen, ne? Gucken wir das einfach. So, dann haben wir alle Gesundheits-Upgrades und also was? Ja. Ich hab immer noch 81%, was? Ich hab eine Truhe, ein Datenpack und also was? Ja, okay. Wie gesagt, die dritte Level wird wahrscheinlich nicht zu sehen sein, da haben wir schon was. Was ich glaube ich schon... Was sind das immer für K... Ach. Ey, wie... Wie soll ich denn das... Das sind immer die gleichen Sachen. Ich glaube nicht, dass man so dahin kommt. Das sind immer so Kack-Sprünge, ey. Wie soll ich denn da rankommen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie soll ich da rankommen? Ich verstehe das nicht. 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 Warte mal. Boah, lädt mich an. Ey. Okay. Und da ist eine Truhe. Warte mal. Wie geil. Wieso weiß ich jetzt davon? Leck mich an. Genau, Zweitruhen. Jetzt weiß ich, wie man da in den ersten Level dahin kommt. Aber da ist doch gar nichts mehr. Oh mein Gott. Leckt mich an. Ja, schon wieder so. Ey. Ich kann mir sogar vorstellen, wo noch einer ist. Wohin eine Truhe ist. Nein. War sogar eine Truhe. Meine Güte. Geht ja richtig schnell. Nein. Komm schon. Ich hab's jetzt raus. Ich bin voller Pro jetzt. Verdammt. Das ist soweit von da. Komm schon. Ich hab's jetzt raus. Verdammt. Verzweifelt. Boah. Boah. Boah, ich liebe diesen Trick. Der ist mein neues Trick. trick jetzt oh mein gott wieso kann ich den trick jetzt erst ich glaube da wurde sogar irgendwann mal schon erklärt nur ich ja nach was mit kreis kann man überspringen okay ich habe immer noch 1 81 prozent nach einer trufe mir noch ich könnte mir sogar vorstellen wo die ist und zwar hier gab es irgendwie so ein gebiet wo voll der bonus und so was alles war ich glaube ich bin da nicht nach rechts gegangen irgendwann mal also nicht ganz irgendwo an der stelle wie wird das lüge sterbt weil er lügen verbreitet da muss ich glaube ich hin ich dachte da oben das ding wird aktiviert hier ist es hier okay halt da sah aus als könnte ich da hin da ist ein kontrollpunkt da ist mein neuer lieblings trick wo bin ich denn jetzt hier da habe ich auch einfach nur abgekürzt oder ja ich glaube ich habe noch abgekürzt verdammt verdammt war so stolz auf mich na gut verdammt wir sind schon gleich an der stelle hier oh ja da ist schon ach super hab ich aktiviert so hahaha golfisch mhm Frühstück oder Abendessen würde ich eher sagen zu dieser Uhrzeit ne feiner how dare you i shall kill your fish dieser heilige ey ah ah so dann sind wir gleich an dieser einen stelle wo ich meine eine kiste übersehen zu haben hoffentlich wups hoffe ich jedenfalls na ich rede nicht mit dir äh siehst du aus ich bin eine sehr viel beschäftigte Katze mach den Scheiß auf mach den Scheiß auf geh weg da so dann sind wir gleich da ne weh tisch sieht voll brutal aus ey das war nicht wahr geht aufm weg ah fuck ich meine verdammt äh so hier ist auch genau kann ich ja noch ganz gut dran erinnern auch da muss ich so nach rechts genau äh da wollte ich nicht verdammt dann muss man nach rechts mal ich glaube da bin ich noch nicht ich bin immer direkt da oben hingegangen ne glaube ich deswegen weiß ich nicht das ging ja links unten offiziell weiter deswegen muss ja irgendwas besonders sein hoffe ich ne Truhe zum Beispiel weil die fehlt mir noch so so letzte Truhe bitte hm 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 h warum bin ich mir jetzt gelandet keine Ahnung jetzt so aus als könnte ich da unten keine ahnung dann wissen wo ich hin lang gehe genau ja und nun wenn ich mir da jetzt bin ich wieder hier sonst mal hingehen so und jetzt was nun ok soviel dazu dass die Trouille hier irgendwo ist war da unten war da auch noch was glaube ich war nicht schon wieder ich frage durch irgendeinen von euch soweit kommt es noch durch die roten hier verlier langsam 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 ruhig da ist hier weiter da oben komme ich nur hin man hier kommt es auch nicht weiter verdammt you kidding me na weiß schon wieder nicht mehr truhe ist das war so gut am anfang hab ich alles gefunden alles deswegen ich hier hinkommen musste und die restlichen Sachen holen sollte ist auch nix ist auch nix war ich doch schon ich habe nicht immer anders irgendwie gelöst also um da hoch zu kommen ich habe dann irgendwie anders gelöst oder hat man knapp fragt irgendwie nicht so schnell ja da ist nix mehr da ist dieses geheimgebiet schon wieder herunter so ich weiß nicht mehr was da unten war wir haben schon wieder was verpasst hier gibt es noch nicht so ein spontanes feuer einfach ey wo ist die letzte kiste gibt es auch nicht so gut da habe ich gar nicht gemacht ok ach ja stimmt wie fucker soll gar nicht gesagt pervers lindu ah wollte ich gar nicht lange ah er stirbt woche ich glaube ein grausam tot und so andere richtung ist aber nichts mal warte mal kann ich da durch dreck ob er wieder was geschnitten wird hat keine ahnung er bringt sich da gerade um so letzte truhe na ne 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 lecker ja wo ist die letzte truhe da sind immer nur 1 er war auch schon hier alles irgendwie vollgestückt warum war ich auch jetzt wo ich darüber nachdenken ist ja nicht die level wo ich schon mal noch mal rein musste weil sie nicht die aufnahme da nicht geklappt hat verdammt gar nicht ich möchte irgendwo sehen wird ja ich bin ich voll an die vorbeigelaufen und er habe mich jetzt die tolle haben uns lang da Nein. Was hat denn? Warum? Ich bin schon richtig, oder? Ja. Aufwunsch. Ich nehme mal einfach an, da unten ist nichts gewesen. Hoffe ich. Oder darf ich nicht rein? Alter, das war zum Kopf und Mann, glaube ich. Da ist die Truhe. Jawohl. Und wenn ich das nicht gesehen hätte, ne? Boah. Ah, dann war ich doch nicht umsonst, hier reinzugehen. Sehr gut. Ach, na gut. Dann, zur nächsten Level. 17 Truhen. Ja, sehr gut. Ich will jetzt immer noch eins, verdammt. Die führt uns auch noch zu Ruhe, ey. Wenn wir schon mal in die Level rein. Vielleicht finde ich die ja noch einen schnellen Durchlauf. Wenn ich dann schneide ich dann einfach raus. So einfach geht das. Welche Level war das denn nochmal? Ach ja, die mit den Gefangenen. Was? Gefunden. Sehr schön, ey. Ne, das gibt's doch nicht. Die war hier? Da entschied ich mich nur einmal hier kurz zu rutschen. Und dann kommt diese Kack-Dingensee. Leck mich haben. Also sowas von typisch, ey. Boah. Na gut, dann haben wir die Lavao geschafft. Haben wir ja auch alles gefunden. Sehr gut. So, in der nächsten haben wir alle. Und der auch. Und der auch. Oh, in dieser Jahr. Da wird lustig. Hier haben wir alles. Zwei, drei. Da müssen wir in drei Level noch gucken. Okay, sehr gut. Ja, und das gibt's, dass ich irgendwann nochmal suchen werde. Das war jetzt gut. Na gut, aber ich würde sagen, wir begeben uns schon mal zu der Level. Ne, am besten nicht, weil das fängt ja, ich weiß, da war ja irgendwo eine Truhe, aber an der kam ich irgendwie nicht ran. Okay, das wäre wieder ein bisschen hektisch. Egal, weil wir werden wir auch schaffen. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bleib mich aller herzlich für zu schauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.